Wir sind immer noch total überwältigt und irgendwie unglaublich, ein bisschen unwirklich. Man steht ganz oben, hört die Nationalhymne und weiß nicht, was passiert. Also man begreift es wirklich jetzt erst im Laufe der Tage danach. In der Zeit vor dem Rittgen, habt ihr euch da irgendwie knarrhaft diesmal vorbereitet? Oder wie ist es abgelaufen? Naja, also wir trainieren eigentlich normalerweise einmal die Woche. Und bis zum Qualifikationsturnier in Freiburg, das war im Oktober, haben wir das auch einmal die Woche beibehalten. Als wir uns dann qualifiziert haben und gehört haben, es geht zur WM, wurde auch bei uns der Druck größer. Und dann haben wir gesagt, okay, also jetzt müssen wir ein bisschen noch was tun. Und wir wollen uns ja nicht blamieren. Und deshalb dann auch öfter noch trainiert. Also zwei oder manchmal sogar dreimal die Woche. Stellt man, wenn man weiß, man fährt zur WM so nochmal so einen neuen Tanz um? Oder muss das dann so ein ganz spezielles sein? Wie ist das so in der Tanzwelt, sage ich mal? Naja, also wir haben dann schon auch Videoanalyse betrieben von dem Tanz zur Qualifikation. Man hat sich mit dem Tanz, mit dem Stück qualifiziert, muss demnach auch dieses Stück zur WM dann tanzen. Also man kann jetzt nicht plötzlich was anderes machen. Aber man kann schon an dem Tanz auch ein bisschen feilen und korrigieren. Und das haben wir auch getan. Also Stellen, wo wir dachten, nee, das reicht jetzt nicht. Das ist zu langweilig, zu einfach. Da haben wir schon noch eine Schippe draufgelegt. Und das versucht zu verbessern. Denn genau an dem Abend, als wir beim Landessportbund, bei der Sportgala waren, genau an dem Abend kam nämlich eure Meldung. Es wurden gerade die erfolgreichsten Sportler im Land Brandenburg ausgezeichnet. Und in dem Rahmen dann kam diese Meldung und wir, ja, Kottbus hat sowas auf. Ich war ganz stolz. Das ist eine hervorragende Leistung. Und wir wissen, dass da viel Engagement dahinter steckt. Eigenengagement, dass da wenig von außen passiert. Und das ist natürlich einwandfrei. Überhaupt, ich sag mal, wenn junge Leute aktiv sind, wenn die in ihrer Freizeit was wirklich Sinnvolles tun, ihren Körper richtig fit machen, was Besseres gibt es ja überhaupt nicht. Und dieses soziale Gefüge, was dann noch da ringsherum ist, besser geht es nicht. Und darum sollte das unbedingt unterstützt werden. Ein großer EV finanziert sich mit allen Dingen selbst. Das war für mich so ungeheuerlich. Bis zur WM zu tanzen, aus eigenen Mitteln, ohne irgendwo einen Fördertopf im Nacken zu haben, das wurde natürlich dann ein bisschen mit einem großen Fragezeichen versehen. Ich bekam die gleichen Antworten immer wieder. Die machen das alles aus eigener Kraft. Und da habe ich mir gesagt, das darf ja wohl nicht so sein. Da muss irgendwas passieren. Also, helfen wir. Ich habe es das erste Mal jetzt gemacht, aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das habe ich schon, also mit dem Stadtsportbund habe ich schon gesprochen. Da gibt es noch neue Projekte, die da anstehen, wo wir uns auch mit reinhängen werden. Und ich denke, die Mädels werden auch nicht aus der Welt sein. Also, das sind nicht vergessen. Das wird wohl auch hier noch weitergehen mit dem Sponsoring. Also, der Tanzsport an sich, unsere Sportart ist jetzt nicht so populär. Von daher gibt es jetzt nicht so viele Anhänger dafür. Und auch in Sachen Spendengelder oder Sponsoring ist das eher so ein bisschen mau, sage ich mal. Und wir müssen uns eigentlich vieles selbst finanzieren. Und ja, wenn jetzt so eine WM stattfindet in Polen oder auch die Qualifikation in Freiburg, im Schwarzwald. Also, das sind teilweise Fahrten. Ja, es muss alles bezahlt werden. Man muss Autos mieten, übernachten, Startgeld bezahlen. Also, das kommt nicht von ungefähr. Und deswegen, ja, also dieses Geld ist Gold wert. Also, wir freuen uns riesig über diesen Scheck. Also, unglaublich. Und nochmal ein riesen Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.